einen wunderschönen guten tag und schön dass er wieder rein schaut erst einmal vielen vielen dank für die ganzen netten kommentare die ihr mir auf mein letztes video da gelassen habt das hat mich wirklich sehr sehr gefreut und wie ihr dort gesehen habt haben wir angefangen unserer base hier an diesen wunderschönen ort zu bauen und damit soll es eigentlich auch weitergehen aber bevor wir damit weitermachen gibt es noch etwas anderes zu tun und zwar habe ich mitbekommen dass der nils bei uns ganz in der nähe auch angefangen hat etwas neues zu bauen und wie es sich für gute nachbarn gehört werden wir ihn natürlich mit einem kleinen geschenk überraschen und was bietet sich da mehr an als ein kleines essen dazu lassen und natürlich darf zu einem schönen willkommensgericht eine ordentliche suppe nicht fehlen nur leider habe ich festgestellt dass uns pilze fehlen ich habe weder einen braunen pilz noch einen roten pilz und deshalb werden wir uns im ersten schritt mal auf die reise machen und ein paar pilze suchen und auf dem weg einfach mal all das mitnehmen was wir so finden denn brauchen tun wir noch viel denn ihr wisst ja wir haben gerade erst angefangen wollen sobald wir unser essen abgegeben haben wäre es natürlich super wenn wir ein etwas schnelleres fortbewegungsmittel finden denn bis jetzt bin ich ja noch zu fuß unterwegs und da wäre es natürlich schlecht vielleicht zumindest erst mal ein pferd zu haben das heißt diesem video ein nachbarschaftsgeschenk für den nils abgeben und zum zweiten ein pferd suchen und was wir auf dem weg noch so erleben das seht ihr in diesem video also viel spaß bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020